Ja, ich werde oft gefragt, Pascal, wo machst du denn die Übersetzungen? Und zwar für alles Mögliche, also sei das zum Thema Google AdWords, Keywords Übersetzen, Briefe Übersetzen. Und das sollte dann noch möglichst kostengünstig sein. Ja, ich habe hier eine Plattform, die ich seit Jahren nutze, die auch für Google, für IBM, für HP, also für große Unternehmen Übersetzungen macht. Und das Schöne ist, wir haben hier wirklich verschiedenste Kategorien. Sei das Google AdWords Kampagnen zum Thema Architektur, Buchhaltung, Finanzen, Blogbeiträge, alles Mögliche können Sie hier übersetzen lassen. Und auch die Preise sind wirklich einmalig. Den Link dazu haben Sie natürlich unterhalb in der Videobeschreibung und wir machen mal einen Test. Ich nehme einfach mal hier eine komplette Seite raus vom Text her. Ihr seht dann auch immer, wie viele Wörter ein Word-Dokument hat. Also das komplette Dokument hier seht ihr unten, also ganz unten vom Word, ganz unten links steht 304 Wörter. 304 von 2456 Wörter sind das Gesamthaft bei 10 Seiten. Ich nehme jetzt einfach eine Seite, das sind 304 Wörter, die ich jetzt hier markiert habe. Ich gebe 304 Wörter hier ein, das ist also eine Word-Seite ungefähr, sage von Deutsch nach Englisch übersetzen, juristisches Dokument. Also da muss wirklich jemand dahinter sein, der das dann auch versteht. Und die Standardauslieferung und jetzt sagen wir mal Kostenvoranschlag testen oder erstellen. Und jetzt haben wir hier drei verschiedene Möglichkeiten. Wir sehen hier Economy, automatische Übersetzung plus Revision. Das bedeutet also, dass jemand das einfach bei irgendeinem Übersetzungstool eingibt und dann kurz drüber schaut, ob das einigermaßen gut ist. Das empfehle ich im Schnitt nie. Was ich aber empfehlen kann, ist Professional. Das sind jetzt 35 Schweizer Franken, die wir hier bezahlen würden für wirklich eine professionelle Übersetzung inklusive Qualitätskontrolle. Also das heißt hier Übersetzung von einem professionellen muttersprachlichen Übersetzer, Qualitätsbewertung durch einen zweiten professionellen muttersprachlichen Übersetzer, abschließend Qualitätskontrolle von einem zuständigen Projektmanager, Übersetzungsspeicher auf Anfrage halten und ja, das ist einfach das, was ich euch hier empfehlen kann. Preislich wirklich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Und ich arbeite mit denen schon mehrere Jahre, also sicherlich drei bis vier Jahre, wo ich Übersetzungen hier machen lasse, wenn ich es dann sagen könnte, von verschiedensten Unternehmen für Kampagnen, für Texte, für alles drum und dran. Deshalb absolut empfehlenswert, auch schön die ganzen Zahlungsmöglichkeiten. Ich kann mit Visa, mit PayPal, mit allem Möglichen kann ich hier bezahlen. Auch das macht es wieder interessant, gerade für die, die vielleicht nicht wissen, wo soll ich denn das Geld von PayPal einsetzen. Das funktioniert also wunderbar. Den Link haben Sie in der Beschreibung. Abonnier doch unseren Kanal, damit du keine weiteren spannenden Videos mehr mit guten Tipps und Tricks verpasst. Und wenn du Fragen hast, wenn du eine andere Übersetzungsanbieter kennst, dann schreib doch das einfach unterhalb vom Video in die Kommentare. Auch das ist sehr spannend für uns, damit wir sehen, mit was arbeitet ihr. Und auch für die zukünftigen Videozuschauer, damit die sehen, mit was arbeiten denn andere Videozuschauer. Vielen Dank und viel Erfolg bei der Übersetzung.